Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Projekt hier auf meinem Kanal. Meine Damen und Herren, wir machen mit Lukas und Monif ein Projekt namens Minecraft Survivalists. Ich nehme an diesem Projekt teil und ich begrüße euch herzlich zum ersten Part auf meinem Kanal von diesem Video. Wir werden Videos gemeinsam machen mit den beiden und es kommen auch noch andere Leute dazu. Ihr seid auf jeden Fall gespannt darauf, Leute. Ja, ich habe Bock. Ich will einfach sagen, ich fange einfach mal an mit Farmen, Leute. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, Leute, da haben wir es jetzt auch noch nicht mal geschafft. Ein bisschen gefarmt habe ich jetzt. Ich habe mir eine kleine Base angefangen zu bauen. Ein paar Öfen mit Naturbrüchen, alles reinpacken kann. Mittlerweile sind auch ein paar Leute noch auf den Server gekommen. Und zwar die Founder von den ganzen, äh, Lukas und Monif. Und, äh, jetzt ist noch dazu gekommen. Jetzt, äh, ja, würde ich einfach sagen, fange ich nochmal ein bisschen an zu Farmen. Dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Übrigens, Leute, wenn ihr das gerne mit nachmachen möchtet, ähm, das ganze Projekt findet auf der 1, äh, 16 statt. Ähm, 1, 16.1 auf der neuesten Version von Minecraft. Und, ja, ähm, die sind ein bisschen eisen. Das wollte ich mir mal eben. Äh, ja, das, äh, ohne Mods. Das ist ein reines Survival-Projekt. Nur von uns und mit uns. Ähm, in der Zeit kommen bestimmt noch vielleicht ein paar Leute dazu. Einfach mal schauen. Äh, wir werden auch nochmal mit den anderen ein bisschen aufnehmen. Wenn wir so ein bisschen bescheiden wissen, ist das so ein kleines, äh, YouTuber-Projekt sozusagen. Ja, jetzt einfach mal weiter mit dem Farmen. Äh, vier ist zu großer Höhe. Ja, jetzt einfach mal. Ja, jetzt einfach mal. Ja, jetzt einfach mal. Leute, wir haben es jetzt erstmal geschafft, wir haben einiges gefarmt, dieses Projekt, davon gibt es mehrere Teile, es ist halt ein Survival-Projekt mit ein paar anderen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da, schaut auf jeden Fall bei Lukas und Monif und bei Nils vorbei, die sind alle in der Videobeschreibung und hier oben rechts verlinkt, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute, haut rein, ciao! Outro